Ich guck mit denen hier eben an. Oh, krass. Ich kann mich nämlich auch noch dran erinnern, dass du irgendwie für 1000 Naniten das Upgrade machen konntest. Ah, okay. Dann war das wahrscheinlich das. Das war's. 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 Okay. Ah, okay. Krass. Ja, du bist also ewig und drei Tage am Schürfen. Krass. 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 Ja, denk... Oh Gott. Nice. Also es ist glaube ich sofort, dass das machbar ist. Und wie gesagt, das bringt dann ordentlich Motivation, denk ich mal dazu. Und wie gesagt, das ist das machbar ist. Und wie gesagt, das ist das machbar ist. Und wie gesagt, das ist das machbar ist. Und wie gesagt, das ist das machbar. Und wie gesagt, das sch 친절 ganz klar. Und wie gesagt, das ist das machbar ist. Wimpelmännchen? Was meinst du damit? 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 Oh Gott. Was meinst du damit? 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 Ja, 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 ich brauch' Hä? Oder meinst du das hier? Oh. Dann brauche ich jetzt nur noch Gold. 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 Valentinium. Ja. 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 Nun. So. Ja. 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 Oh. Das ist eigentlich ganz cool Ich bin Wow Nur seit Ewigkeiten Hab ich das Spiel nicht mehr gespielt Und Ja Und ja Macht bis jetzt Laune Kann ich empfehlen Besonders Wurden mir ans Herz gelegt Die Expedition zu machen Weil man da wieder richtig gut reinkommt Und Ja das hat auf jeden Fall zugestimmt Oh guck mal hier gibt es sogar Gold Hätte ich direkt drauf bleiben können Ja Also Du hast eine Komplette Galaxie die du erkunden kannst Und das ist sehr Überwältigend sage ich jetzt mal Aber es macht echt Laune Und vor allem Um wieder rein zu kommen Macht Spaß und es ist Äh es ist definitiv Besser als Aktuell Ähm Als Als Starfield Muss man einfach so sagen Und Umfangreich Auf jeden Fall Also Ja Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Oh. Also es gibt den Exo-Anzug, den kannst du mit einzelnen Upgrades ausstatten und dann nach und nach immer besser werden, also dass du länger fliegen kannst, bessere Lebenserhaltung und 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 hast und Schilder, du kannst auch noch Umweltschilder holen, du kannst das Ganze hier auch noch upgraden und vergrößern. Das gleiche mit dem Inventar hier, du kannst auf jeder Station dir einen neuen Inventarslot kaufen und immer mehr, also und das gleiche zählt halt auch für Raumschiff, Multiwerkzeug, für den Frachter, den du dir rufen kannst und ja. Oh ja und die haben jetzt wohl in den letzten Updates alles verteuert und verschlimmert und noch mehr gemacht und ja auch grafisch. Also ich das, es ist ja, mega und was ich halt cool finde ist halt, dass du kaum Ladezeiten hast und sowas, also beziehungsweise überhaupt nicht. Ähm, du kannst in dein Raumschiff reingehen ohne dass du, ohne dass du großartig irgendeine Ladesequenz hast und was ich halt auch cool finde ist, kann ich das? Nee. Aber du kannst halt einen Frachter rufen und und und. Also, ja, es gibt sehr viel hier zu tun. Und halt, dazu kommt noch der Basenbau, du kannst halt überall hin, alles was hier ein heller Punkt ist, der leuchtet, kannst du hinreisen, du kannst durch schwarze Löcher reisen. Ja. Und was ich persönlich auch cool finde, so, so, das wurde hier von, äh, Hero entdeckt, alles, ne? Aber, hier, oh. Guck mal. Das habe ich vor zehn Jahren entdeckt. Und du kannst halt die Planeten besuchen, die benennen und, äh, du kannst die Kreaturen, habe ich hier schon irgendwie einen Planeten entdeckt? Ja, also, du kannst sogar jeden einzelnen Planeten benennen, du kannst das hier alles umbenennen. Ja, ich glaube, es gibt eine begrenzte Anzahl an Planeten. Aber, ja. Und dazu kommt dann halt noch, dass du, äh, Äh, nicht nur Planeten entdecken kannst, sondern du kannst auch, äh, Materialien, Pflanzen entdecken, aber auch, ähm, Tiere und, und, und. Und, also, es gibt sehr viel zu tun. Und was ich halt auch cool finde, ist, ähm, äh, Es gefällt mir zwar nicht ganz so gut, weil ich das, ähm, äh, eher so auf dem Stil von, Ha, wie heißt das gleich noch? Ich, ich baue liebend gerne, äh, Fabriken und so weiter und, ähm, Also sowas wie Satisfactory und das fehlt mir hier ein bisschen drin, dass du nicht eine Kette bauen kannst und Sachen automatisieren kannst und so weiter, Sondern, dass du immer nur eine Sache zur Zeit machen kannst. Das, äh, wäre geil, wenn das dann noch einen Zusatz gibt und, was mir hier fehlt, ist, ähm, ein Schiffbilder. Ja, und die hauen ja nach wie vor immer noch Updates raus und so weiter, ne? Also das...